Hey Leute, wir haben mit der Influencerin Melina Sophia einen Prank gemacht. Oh oh Leute! Warum? Weil wir eure Aufmerksamkeit wollen. Und wofür? Weil wir eine Forderung haben. Die Forderung nach mehr Transparenz in der Lebensmittelwelt. Warum wissen wir nahezu alles über die Influencerin, die wir mögen? Aber nahezu nichts über das Essen, wo es herkommt, wie es hergestellt wird oder welche Auswirkungen es auf unsere Welt hat. Warum fehlt hier die Transparenz fast vollständig? Wir von FollowFood finden, dass sich das ändern muss. Mit unserem Tracking Code sind wir seit Jahren hier Vorbild. Aber das reicht nicht. Andere müssen nachziehen. Wir fordern 100% Transparenz für Lebensmittelprodukte. Weil wir glauben, dass nur eine radikale Transparenz wirkliche Grundlage für zukunftsfähige und nachhaltige Entscheidungen sein kann. Macht mit! Eure Kinder und Enkelkinder werden es euch danken.